Hi! Willkommen zu einem neuen ASMR Video. Heute wieder laufe ich mit dem Apple Mikrofon mit meinen Kopfhörern, weil ich momentan auf das Haus meines Onkels aufpasse und hier kein Equipment habe. Wenn das Bild vor euch wackelt, ich muss das Handy festhalten mit einer Hand, weil ich mein Handy halt auch nicht dabei habe. Deshalb mache ich momentan auch nicht die Videos, die ihr euch gewünscht habt, weil ich die einfach in meiner Umgebung mit meinem Equipment filmen möchte. Deshalb muss ich mir hier ein bisschen was ausdenken. Und ich wollte aber unbedingt ihr filmen. Das Setup ist ganz schön und ich wollte dann einfach weiter Content machen. Ansonsten hättet ihr jetzt die ganze Zeit nichts. Nicht wundern, ich war gerade duschen, selbst mit meiner Haare nass. Ich habe mir mal eine schöne, heiße, lange Dusche gegönnt. Ich muss jetzt die ganze Woche bis Sonntag arbeiten. Und am Montag geht es dann los wieder mit einem Schulblog. Und das nächste Wochenende ist dann wieder mein erstes, meinen ersten freien Tage. Ja, deshalb habe ich mir jetzt mal ein bisschen Spa-Programm, so, Spa-Programm, so. Ja, damit ihr nicht nur denkt, dass ich nur arbeite und gar kein Leben mehr habe. Ich war letztes Wochenende mit einer Freundin in Düsseldorf Cocktails trinken. Davon werde ich noch so ein bisschen erzählen. So ein Spa-Ramble-Video werde ich daraus machen. Aber wie gesagt, da sehen wir wir für nächstes Video. Los geht's. Jetzt habe ich genug gequatscht. Dann kommt ihr auch mal, wo du sonst auch gemacht hast. Man trägt ja jetzt jetzt ein bisschen, wie ihr Austausch guckt. Aber ich halte dich in diesem Spa-Programm einfach. Ich habe mich noch nicht geholfen, sondern ich habe mich noch nicht geholfen, sondern ich habe mich noch nicht geholfen. Das war's für heute. Ich brauche mal kurz Werbung von dir selbst zu dir. Ich kann mich gerne auf Instagram abonnieren. Dort seht ihr hin und wieder mal Fotos aus meinem privaten Leben. Ich poste tatsächlich nicht sehr viel hin und wieder mal ein bisschen was in der Story. Da habt ihr dann zum Beispiel auch gesehen, dass ich mich fertig gemacht habe für den Medien zu haben meiner Freundin letzte Woche. Deshalb abonnehmt mich dann gerne. Und was vielleicht auch ganz interessant ist, ist mein Twitter-Account. Das ist verlinkt unten in der Infobox, weil ihr auf meinem Twitter-Account erwart, wann neue Videos gepostet werden. Oder ob mal keiner gepostet werden und warum. Oder genau keinen besseren Status. Also lohnt es sich auch, ab da mal einzuschnuppern. Ähm, außerdem findet ihr unten noch meinen Podcast. Ähm, warte, hier im Mark Podcast verlinkt. Ähm, der ist auf Englisch. Im Moment lade ich da auch Folgen hier von YouTube hoch. Aber ansonsten mache ich da auch nochmal extra Content. Ähm, da ich im Moment aber nicht so viel Zeit habe. Es kann nur sein, dass ihr da auch den gleichen Content oder auch mal den gleichen Content nur in der längeren Version findet. Und so. Ähm, ja, da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Also, wenn ihr da auch noch mal vorbeischauen könnt. Fotos. 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 Das war's für heute. 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 Vielen Dank. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Altyazı M.K. So, das war's, das war's, das war's, das war's. Ich hoffe, das war's, das war's, das war's, das war's.